Äh, gut, die kämpfen sich ja sowieso nicht mehr. Hallo? Amphi ist krank, das ist nicht so gut. Wir gehen zur Apotheke und holen was für Amphi. Ich weiß zwar nicht, was es hat, aber Ibuprofen hilft bestimmt. So, so, salar. Es geht ihm so, la, la. Da ist das deutsche Palupalolo schon ein bisschen süßer. So, nur noch kurz lesen, was ihr dazu geschrieben habt. Ich habe das Gefühl, Ernährung ist mittlerweile genauso ein schwieriges Thema wie, keine Ahnung, Religion oder Sexualität oder so. Sobald du was darüber erzählst, kommen die Leute mit ihren Mistgabeln. Also auch irgendwie mittlerweile sehr kontrovers geworden, leider. Ich liebe Essen. Essen ist mein liebstes Hobby. Essen macht mich einfach glücklich. Leider werde ich davon ziemlich schnell fett, deswegen darf ich nicht so viel essen. Ah, so. Nein, es hat hochgescrollt. Wollte noch lesen, was Pucke geschrieben hat. Ich esse gerne in der Mensa, vegane Optionen. Aber fürs Alleinkochen finde ich vegan manchmal etwas schwierig zu kochen. Ja, alleine ist es halt tatsächlich schwierig. Gerade auch, wenn du jetzt irgendwie viel Gemüse schnibbeln musst und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe für mich alleine auch nicht immer die Motivation. Also wenn ich mal wirklich für mich alleine kochen muss, weil Jana arbeiten muss oder so. Also für mich alleine habe ich auch nicht die Motivation, so fancy zu kochen. Das mache ich auch nur, wenn ich weiß, dass jemand mein Essen isst. Das Gesündeste ist keine Diät, sondern einfach bedacht und gemütlich zu essen, statt zu stopfen. Hast du gehört, Jan? Gemütlich essen, statt zu stopfen. Ich versuche es. Ja. Ja, das stimmt. Also wirklich jetzt einfach nichts mehr zu essen gefühlt funktioniert auch nicht. Einfach vielleicht ein bisschen bedachter. Vielleicht mal das Toastbrot für Vollkorn austauschen oder so. Oder ein bisschen mehr Gemüse, so ein bisschen versuchen mit reinzubringen oder so. Oder vielleicht damit anzufangen, mal einen Tag die Woche vielleicht kein Fleisch zu essen. Oder mal was anderes zu probieren oder so. Also, das ist sowieso immer besser, als auf alles zu verzichten. Mir würde es schon helfen, wenn ich aufhören würde, so viel Süßkram zu fressen. Was hatten wir noch so? Ich finde es furchtbar, wenn Leute keine Rinde essen. Die Viecher sind so hässlich. Helft mir, sie zu vernichten. Alex, du würdest auf Twitter dafür fünfmal gecancelt werden, für diese Aussage. Aber so eine kleine Kuh ist eigentlich ganz süß. Ich war eh nie Fan von Rindfleisch, auch früher nicht. Ich muss meine Missgabel wieder wegräumen. Wenn Ali später kommt, kannst du sie vielleicht noch mal benutzen. Ich glaube, der Junge hockt noch in der Klausur. Wir gar nicht, die Nativen müssen sich erstmal leisten können. Das stimmt. Ich meine, es gibt zum Glück mittlerweile auch von, es gibt ja hier Gut und Günstig und Ja und diese ganzen Eigenmarken. Die haben teilweise eigentlich auch ganz gute Sachen. Nur selbst da, ne? So eine Packung, ich glaube, veganer oder vegetarischer Mortadella, kostet, glaube ich, 99 Cent. Das günstigste. Da sind dann allerdings ganze fünf Scheiben drin. Natürlich, ne? Wenn ich die tierische Alternative kaufe, da sind dann, keine Ahnung, 20 Scheiben drin. Also, ja. Oder auch so veganer Käse. Oder generell vegane Fleisch-Organativen und so. Veganer Hack. Das ist schon alles echt teuer. Ne. Ich bräuchte nochmal irgendwas, was nicht Wasser ist. Mal gucken, ob Leo vielleicht eine Kopfnuss oder so lernen kann. Das wäre nochmal ganz praktisch. Aber ich finde das einfach, ich sage das ja wirklich immer wieder. Ich finde das einfach so wichtig, dass jeder sein Leben so gestaltet, wie man halt möchte. Weil es gibt halt irgendwie keine perfekte Lebensweise oder keine Schablone, die man bei jedem einfach anwenden kann. Und das kannst du auf alles beziehen. Das kannst du so auf, ja, schulische Laufbahn und Beruf und all das irgendwie beziehen. Auf Beziehung, auf Wohnsituation, auf Ernährung, auf Religion, auf alles. Jeder Mensch ist doch so individuell. Und ich meine, klar, manche Dinge kommen uns vielleicht einfach seltsam vor. Wenn irgendwer was erzählt, was wir selber so nicht machen würden. Oder Dinge, die halt wirklich eher selten vorkommen. Und man neigt natürlich dann auch sehr schnell dazu, so ein bisschen zu verurteilen. Wenn du jetzt Leute hast, die, sag mal, mit 40 noch ihren Beruf wechseln und mit 40 nochmal studieren gehen zum Beispiel. Oder wenn jemand eine ganz spezielle Art und Weise hat, sich zu ernähren oder so. Oder wenn jemand, ich habe keine Ahnung, auf einem Campingplatz wohnt oder so, gibt es ja auch. Also sobald jemand irgendwie eine etwas außergewöhnlichere Wohnsituation hat oder eine etwas außergewöhnlichere Weise, sich zu ernähren, Arbeitsweise, wie auch immer. Es gibt so viele Beispiele. Mir fällt nur leider gerade kein gutes ein. Dann neigen Leute immer irgendwie dazu, sofort zu judgen. Nach dem Motto, hä? So, äh? Na, aber nur weil irgendwas vielleicht nicht so oft gesehen wird oder nur weil wir selber das so nicht machen würden, ist es ja jetzt nicht unbedingt falsch. Na? Und deswegen finde ich es irgendwie immer so schade, wenn Leute immer so verurteilend für alles sofort sind, ne? Optik ist übrigens auch so ein Thema, wo man auch sehr, sehr schnell dumme Kommentare bekommt für. Und wie gesagt, das gibt es halt einfach für alles. Und ich habe das Gefühl, die Orte, wo es einfach am ausgeprägtesten sind, sind A, Familienfeiern mit dummen Verwandten, wie man eh nicht leiden kann. Und B, sowas wie Twitter oder so. Ne? Sobald du da irgendwie was postest, Beispiel, ähm, jemand postet sein veganes Mittagessen. Du hast immer diesen einen Menschen, der dann drunter schreibt, also ich esse jetzt erstmal ein leckeres Schnitzel. Wo ich mir so denke, du kannst dir deinen Schnitzel auch einfach in den Arsch schieben und nichts sagen. So, ne? Oder jemand postet ein Bild von sich, so, hey, ich war beim Friseur, hab mir die Haare schneiden lassen. Du hast immer diese eine Person, du siehst schon ziemlich hässlich aus. So, hä, kannst, kannst du dich, kannst du, kannst du deinen Twitter-Account einfach löschen? So, ne? Und das hast du halt überall. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, warum die Leute immer so diesen Drang haben, sowas zu schreiben. Weil je nachdem, wer da halt wirklich postet, kann das halt auch wirklich sehr verletzend sein. Ne? Und die Leute, die verstehen das dann auch irgendwie gar nicht, dass sie da vielleicht irgendwas falsch gemacht haben, weil die sich einfach sehr lustig vorkommen, beziehungsweise eventuell einfach ihre eigenen Unsicherheiten versuchen irgendwie zu kompensieren, indem sie solche dummen Sachen schreiben. Okay, Leo hat offiziell keinen Kopf. Gut. Kannst du Schaufler lernen? Wobei, du hast keine Arme, um dich zu vergraben, ne? Nein. Kannst du... Shadowball? Nein, in der dunklen Seite hat Leo auch nicht. Hast du Dreck am Stecken? Nein, auch nicht. Ich nehme an, du kannst auch keinen Eispunch, weil du keine, naja, Arme hast. Eher nicht so. Sternenschauer! Sternenschauer. Sternenschauer. Okay. 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 Immerhin Sterne kann Leo pupsen. Nehmen wir an. Wanderpunch kannst du auch nicht lernen. Sie könnte bestimmt Anziehung lernen. Was ist mit Stärke? Okay, ich habe ein Pokémon, das Stärke lernen kann. Besser als nichts. Aber ja, wie gesagt. Leute erzählen sehr viel Mist, wenn der Tag lang ist. Gerade so im Internet. Oh! Ist das Ten Toxa? Es sieht aus, wenn da irgendwie so ein lustiges, äh... Männchen drin wäre. Das in der Mitte sieht für mich einfach aus wie so ein... Aber wie heißen die Dinge aus Kingdom Hearts? Ich habe Kingdom Hearts nie gespielt. Die kleinen schwarzen Wesen. Sind das die Herzlosen? Jan, hilf mir. Wie heißen die kleinen schwarzen Männchen aus Kingdom Hearts? Die Herzlosen? Ja? Sind die das? Okay. Das sieht aus, wenn da ein Herzloser in Ten Toxa drin stecken würde für mich. Die Herzlosen? Ich habe mir die Geschichte mal irgendwann erklärt. Ich habe mir die Geschichte mal irgendwann erklärt. Nein, ich habe sie dir erzählt. Nicht erklärt. Du erklärst, wie sie es selber bestehen. Ich weiß nicht, das ist auch wieder so eine Reihe, wo ich mir denke. Oh, es ist schon so ein Batzen, wenn du da einmal anfängst. Du musst Ariel Battles mögen. Ich mag keine Ariel Battles. Das ist Kingdom Hearts nicht für dich. Ich habe gerne festen Bohnen unter meinen Füßen. Das ist Kingdom Hearts nicht. Oh. Aber Kingdom Hearts 3 ist ja sehr witzig aus, das habe ich bei dir gesehen. I think I found some ingredients over here. Stimmt. Oh, die Quietsche-Entle, die kenne ich irgendwoher. Aber ich habe Sternenschauer. Was hast du? Aber schön, dass wir jetzt heute schon über Pokémon, Karmesino und Purpur geredet haben. Über, wie ist das, wenn man seine YouTube-Kommentare 10 Jahre später findet. Und über dumme Menschen im Internet. Und über meine Ernährung. Super. Und keiner hat mich gejudged. Ich bin gejudged. Jedenfalls. Dann hast du hier die Power über alles. Oder so. Nein, Woggle, du bist blöd. Weil ich wegen dir diesen scheiß beknackten Wasserstein kaufen musste, den ich noch nicht mal gebraucht habe. Wenn ich das nächste Mal sehe, wenn ich dich überhaupt irgendwann mal sehe, dann nehme ich diesen Wasserstein oder sinnbildlich einen Ziegelstein und stecke ihn dir sonst wo rein als Zäpfchen. Wir hätten oben noch ein paar Dominosteine wiederverwenden können. Ja, aber noch ein paar Ziegelsteine draußen. Das stimmt. Wir können Sachen gelassen machen, dann hast du Knochensteine. Problem ist, dass dieses Ding jetzt die ganze Zeit Recover einsetzt. Das finde ich nicht so. Wenn du zu Gamescom gehst und dich fragen, warum du so einen Stein in der Tasche hast. Ich würde behaupten, wenn ich einen Ziegelstein in meiner Tasche habe, würden die mich nicht auf das Gamescom-Gelände lassen. Wenn du eine große Auffehle hast, schon. Aber ich kann Woggle einfach vorm Gamescom-Gelände abfangen. Ne? Das macht nicht unbedingt mehr Schaden. Na gut. Dann habt ihr zu wenig Steine vor eurer Einfahrt. Nein, nein, das passt schon. Nein, hör auf, Recover einzusetzen. Leo, gib dir alles. Aber sie kann nicht. Sie kann es nicht besser. Oh Gott. Wie oft hat man noch mal Recover? Ich glaube, damals war es zehnmal. Aber nur noch fünfmal. Zwanzig? Echt? Sogar zwanzig? Stay hydrated klingt gut. Ich habe gesehen, dass mit Kapu alle Heilattacken auf fünf Abwehr runter reduziert wurden. Okay. Die Sache ist, er muss ja nur mal choken. Oder Leo muss critten. Also nativ nehme ich auch beides. Ich meine, letztens gesehen, sollen das alle. Also auch sowas wie Ruhrort oder sowas in der Richtung. Und halt alles nur noch fünf AP. Okay. Und das kann ja alles so an Synthese, Mondschein und sowas eingeglichen wird. Oh, sehe ich. Aber guck mal, sie holt langsam auf. Sie hat schon 25 mittlerweile. You can do it. Wie ist eigentlich eure Strategie, wenn ihr solche großen Gebiete habt? Macht ihr das auch wie ich, dass ihr einfach von links nach rechts schwimmt, dann wieder ein Stück runter, dann wieder nach links, wieder ein Stück runter, dann nach rechts? Oder einfach irgendwie nach Gefühl querbeet? Nein! Warum schon wieder? Habe ich noch? Ich habe nicht mehr sonderlich viel Sternenschauer. Ich glaube, ich sollte lieber... Entweder... Ich habe Glück... Oder ich muss gleich mal wechseln, weil... Ne? Da habe ich es in Kapu auch versucht, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe mir in Kapu immer Sachen auf die Karte halt gesetzt. Also diese... Diesen Pin da. Weil ansonsten hat die mich einfach gar nicht zurechtgefunden. Oder ich bin die anderen dahergelaufen. Das ging auch manchmal ganz gut. Also ich habe es nicht so mit Orientierung. Deswegen sind immer so lineare Routen, die nicht ganz so breit sind, sogar ganz lieb. Weil ich dann halt auch wirklich weiß, dass ich alles mitgenommen habe. Was habe ich verpasst? Genesung. Viel Genesung. Hallo Ali, wie war deine Klausur? Nein. Aber diese Porygons gehen mir ein bisschen auf den Keks. Und ich habe viele Kekse. Wir können aber irgendwas wichteln reden nebenbei. Wir haben heute schon so viele Themen durchgehabt, aber... Das ist auch schon wieder sowas. Wenn man sich das dann später anguckt, denkt man sich auch so... Wovon redet sie eigentlich? Dann wiederum, ich habe heute schon über Pokémon Cabo geredet. Ich habe über Weihnachten gesprochen. Ich habe über alles Mögliche gesprochen. Und über auch irgendwelche persönlichen Dinge, die sich in einem halben Jahr auch schon wieder geändert haben können. Dann kann ich auch über Weihnachtswichteln reden. Äh... Du hast noch 24. Falls ihr es übrigens auch nicht mitbekommen habt. Wir haben jetzt schon mehrfach ein Wichteln organisiert. Und das ist tatsächlich, finde ich, sehr witzig, weil ich glaube... Ich weiß gar nicht, wie mit jeder zugekommen ist ursprünglich. Wahrscheinlich auf dem Klo, so wie immer. Wahrscheinlich war es eigentlich eine Microsoft-Idee. Oder es war deine Idee und du hast mich gezwungen, das umzusetzen? No. Aua. Aber ich... Ich habe es zumindest noch nie irgendwo in der Form gesehen. Also ich meine, Wichteln ist natürlich bekannt. Dieses, ne, jeder hat seinen Namen auf den Zettel geschrieben, wird alles in der Kiste gepackt und dann zieht jeder einen Namen. Und muss dann für die Person, die er gezogen hat, eben ein Geschenk kaufen. Das haben wir in der Schule auch teilweise gemacht, aber... Äh... Da kam halt irgendwie meistens nur Schrott bei rum, ehrlich gesagt. Das ist so schade. Aber ich sag mal so, dieses Prinzip, ne, so vom Wichteln ist ja, glaube ich, eigentlich recht bekannt. Nur, dass wir das natürlich bei uns eben so handhaben, dass ihr eben nicht wisst, wer euer Paket bekommt. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein Blindwichteln irgendwo. Ähm... Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was mich da geritten hat, so viel Aufwand auf mich zu nehmen. Aber irgendwie funktioniert es einfach. Dass ja vom Prinzip her ihr ein schönes Paket packt mit coolem Stuff, das zu uns schickt. Wir lagern die hier, gucken, ob alles ganz geblieben ist, tauschen gegebenenfalls Stuff aus, wenn irgendwo was kaputt gegangen ist. Oder ergänzen noch ein bisschen was, wenn das Paket noch halbwegs leer ist. Oder tauschen den Karton aus, wenn er kaputt ist. Solche Sachen halt einfach. Also eigentlich machen die Pakete bei uns nur so ein bisschen Boxen-Stop. Und dann bekommt ihr ja quasi ein anderes Paket wieder zurück. Also im Grunde genommen haben wir ja eigentlich nicht wirklich was davon, weil wir einfach nur die Anlaufstelle sind, um die Pakete zu lagern, zu tauschen und wieder rauszuschicken. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie ich auf diese Idee kam, weil das ist ja schon auch ein bisschen bekloppt. Zum einen ist es halt super viel Arbeit, das alles ready zu machen. Und auf der anderen Seite ist das ja auch irgendwie ein riesiger Vertrauensbeweis. Weil zum einen gebt ihr ja quasi euren persönlichen Datenpreis, weil eure Adresse auf den Paketen draufsteht. Und zum anderen müsst ihr ja auch darauf vertrauen, dass wir die Sachen nicht einfach, naja, alle behalten. Ich meine, danach wäre ich safe gecancelt und keiner würde meine Streams mehr gucken. Aber so in der Theorie ist da natürlich schon auch viel Vertrauen involviert. Also das weiß ich auf jeden Fall auch zu schätzen. Deswegen versuche ich ja auch so sorgfältig wie möglich mit allem umzugehen. Aber ja, es ist schon eigentlich so eine sehr besondere Aktion, die ich so auch bislang zumindest irgendwo anders gesehen habe. Gibt es bestimmt irgendwo in der Form, aber weiß ja auch nicht, was jetzt in jeder Community dieser Welt vor sich geht. Und das haben wir jetzt ja auch schon zum dritten Mal gemacht tatsächlich. Wobei das letzte Mal jetzt auch schon drei Jahre her ist. Also es ist schon immer wieder eine ganz große Sache. Definitiv. Und jetzt sind hier auf jeden Fall mittlerweile alle Pakete da. Und das Interessante dieses Mal für mich war, dass nicht wirklich was dabei war, was ich mimen könnte. Also in der Vergangenheit habe ich ja schon öfters mal Storys erzählt vom Wichteln. Von irgendwelchen Müsli-Kartons, die benutzt wurden als Paket. Und irgendwelche zerbrechlichen Sachen, die in den Paketen drin waren, die dann nicht eingepackt waren und dann als Scherbenhaufen hier ankamen. Oder dass teilweise Manga reingetan wurden, wo dann teilweise Band 50 drin lag, was vielleicht auch nicht so Sinn der Sache ist. Oder Pakete, die gefühlt komplett leer hier ankamen. Oder Leute, die dann mit mir darüber diskutieren wollten, warum sie aber gerne diesen Karton nehmen wollen. Obwohl das in den Regeln so nicht drin stand. Also es gab einige interessante Storys. In den letzten Jahren. Und, oh, wie siehst du aus? Interessant auf jeden Fall. Sieht so ein bisschen für mich wie eine Fusion aus Shigi, Bisasam und Glumanda aus. Und ich muss sagen, dieses Jahr... Oh, du bist ein Draffer. Okay. War tatsächlich eigentlich alles ziemlich gut. Also ich meine, klar gibt es immer Sachen, wo vielleicht mal irgendwie ein Weihnachtsmann geschickt wurde und der ist in der Mitte durchgebrochen oder so. Oder dass irgendwie mal der Karton nicht richtig gefaltet wurde oder so. Klar, aber alles so Kleinigkeiten, aber richtig so Kartons, wo ich mir so dachte, what the actual fuck is this? Nee, also eigentlich hat sich auch jeder immer an die Regeln gehalten. Und das finde ich echt krass. Also mittlerweile habe ich scheinbar so ein strenges Regelwerk, dass gar nicht mehr so viel Spielraum für Totalausfälle ist. Das ist irgendwie gut und schlecht zugleich, weil die Storys rückblickend betrachtet immer sehr lustig waren. Das Ding war übrigens echt gefährlich. Wie sieht mein Team aus? Ja. Könnte besser sein. Könnte auch schlechter sein. Ja, die Post will nicht immer mitspielen, das stimmt, aber so an sich hat es diesmal echt ganz gut geklappt. Und es ist halt auch immer so krass, wie viel die Teilnehmer noch für uns mit dazu packen, weil das ist ja eigentlich keine Bedingung oder so, wenn ihr mitmacht. Ich erwarte jetzt nicht, aber wenn ihr beim Wichteln mitmacht, müsst ihr mindestens eine Taft Schokolade für uns dabei legen. Nee, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, wenn nichts für uns dabei liegt, weil das ist ja nicht Sinn der Sache. Und ehrlich gesagt, ich freue mich einfach total auf die ganzen glücklichen Gesichter hinterher, wenn ihr eure Pakete auspackt und so. Und ich sag mal, ihr seid bei so vielen Streams anwesend und kommentiert und teilweise bekommen wir Fanarts und süße Nachrichten und viele unterstützen uns ja auch mit Subs beispielsweise oder so. Oder wenn wir Events haben, dann ist da auch wirklich immer viel Hype mit dabei. Also ihr supportet unseren Content ja doch eigentlich schon. Auf sehr coole Art und Weise. Und deswegen finde ich einfach solche Events auch immer ganz schön, um einfach auch so ein bisschen was zurückzugeben irgendwie. Weil Tatsache ist, wenn ihr nicht da wärt, dann würde es ja die ganzen Streams und den Discord-Server und die Events und so in der Form auch gar nicht geben. Deswegen könnt ihr euch da schon mal selber auf die Schulter klopfen, dafür, dass ihr echt cool seid. Und deswegen will ich auch eigentlich gar nichts im Gegenzug dazu haben, dass wir solche Events machen. Und trotzdem haben halt voll viele Leute was dazu gelegt, was ich halt super lieb fand. Das ist, wenn ihr heute auf Twitter mal geguckt habt oder auf Discord, halt wieder super viel zusammengekommen an Süßkram. Mehr als wir auch wirklich selber essen können. Deswegen werden wir auf jeden Fall auch einen Teil davon dann nutzen, um andere Wichtelpakete wieder aufzufüllen. Ich hoffe, dass sich da auch niemand angegriffen fühlt, wenn wir teilweise die Süßigkeiten, die wir von euch bekommen haben, wieder weiter verschenken. Das ist dann auch gar nicht böse gemeint, so nach dem Motto, was schicken die mir für einen Scheiß. Aber es ist halt einfach so viel und ich möchte halt auch keine Lebensmittel verschwenden, dass ich sage, dann verschenke ich es lieber weiter und jemand anderes freut sich drüber, als wenn es bei uns abläuft. Also ich denke, das ist dann schon nochmal ein bisschen sinnvoller. Deswegen hoffe ich, dass da niemand traurig ist, wenn eure Tafel Schokolade auf irgendeinem anderen Wichtelpaket dann plötzlich in irgendeinem Wichtelpaket oder auf irgendeinem Foto von einem Wichtelpaket zu sehen ist. Weil ich Ostern noch nicht meine Tür passen möchte, ja. Also ich habe die Sachen halt schon so ein bisschen geordnet, nach Halbbarkeitsdatum, dass wir halt wirklich gucken, dass wir es in einer sinnvollen Reihenfolge auch konsumieren. Aber nichtsdestotrotz viele Weihnachtssüßigkeiten, allen voran sowas wie Dominosteine, die sind halt meistens nicht so mega lange haltbar. Und dementsprechend, wir können nicht so viel essen. Und dann packe ich es dann, wie gesagt, doch lieber in andere Wichtelpakete noch wieder mit rein, dass sich andere Leute darüber freuen. Ich hoffe nur, es wird mir safe passieren, aber trotzdem. Ich hoffe nur, dass ich euch quasi eure eigene Schokolade nicht wieder zurückschicke. Das weiß ich halt nicht, weil ich nicht weiß, was von wem ist, weil das schreibe ich mir jetzt nicht aus. So, Sophie hat mir das geschickt und Woggle hat mir das geschickt. So, das schreibe ich jetzt nicht auf, deswegen es könnte legitim passieren, so, dass ich irgendwie eine Packung Kinderregel zuschicke, der mir auch eine Packung geschickt hat. Ups! Ich bin mir sicher, dass du noch weißt, was ich dir geschickt habe. Ja, aber das Tomatenmark habe ich schon längst aufgebraucht, keine Sorge. Ähm. Also, Tomatenmark wird hier nicht schlecht. Definitiv nicht. Oh, Sokira, das weiß ich gar nicht. Das Problem ist halt einfach, ich habe hier um die 45 Pakete stehen, ähm, die ich hier alle durchgeguckt habe, wo auch oftmals Briefe für uns drin waren und Süßkram und so. Also, dementsprechend ist es für mich halt sehr schwer in meinem Kopf zu ordnen, was in welchem Paket drin war. Wenn es in irgendeiner Form in dem Brief drin stand oder wenn es gekennzeichnet war, dass irgendwie ein Sticker drauf war von wegen für Jan und Svenja oder wenn du es mir geschrieben hast vorher, dann habe ich safe dran gedacht. Also, da habe ich wirklich immer drauf geachtet, wenn Leute mir auch teilweise PNs geschickt haben, so, hey, mein Paket ist unterwegs und das und das ist für euch, dass ich beim Auspacken auf jeden Fall die PN nochmal gelesen habe. Aber ansonsten ist es natürlich für mich schwierig, in meinem Kopf zu ordnen, von wem jetzt genau was ist bei der Menge. Aber wir haben auf jeden Fall bei der Poststelle hier in der Nähe mal nachgefragt, ob die genug Platz hätten für so viele Pakete und die meinten, ja. Die werden noch Spaß haben. Das macht irgendwie alles nicht so viel Schaden. Was bist denn du dann? Wenn normal nicht effektiv ist und Stahl nicht effektiv. Ich hoffe, es ist nur Stahl. Ich habe jetzt gerade Feuer. Ich habe mich schon gefragt, wenn immer der gleiche Postbote die Pakete in die Packstation tut, ob der sich auch mittlerweile schon so denkt, was zur Hölle tun die da? Na, könnte wirklich Stahlwasser sein. Okay. Aua. Mal gucken, dass wir uns in den nächsten zwei Wochen nochmal um die ganzen Pakete kümmern und dann können die auch wieder rausgehen. Und dann bin ich mal auf die ganzen Reaktionen gespannt. Ich konnte tatsächlich auch die meisten Adressen direkt lesen. Ich meine, manche Leute haben auch eine schöne Schrift, aber neigen dann vielleicht auch dazu, die Buchstaben recht eng aneinander zu packen. Und dann ist es manchmal doch ein bisschen schwer zu lesen. Oder man ist sich nicht ganz sicher. Also ich habe sehr oft tatsächlich die Postleitzahlen gegoogelt, um zu gucken, ob ich es wirklich richtig gelesen habe. Aber ich glaube, die meisten Leute haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben, alles möglichst lesbar zu gestalten. Da bin ich auch sehr dankbar für. Ich hatte tatsächlich ein Paket und da kann halt auch niemand was für, weil ihr schreibt halt so, wie ihr schreibt. Aber ich hatte ein Paket, wo ich legitim nichts drauf lesen konnte. Ich konnte noch nicht mal den Namen lesen. Nichts. Ich wusste nicht, von wem das ist. Ich wusste nicht, woher das kommt. Nichts. Es stand dann zum Glück im Paket drin. Dann wusste ich, von wem es ist und konnte da nochmal nachfragen. Wie gesagt, man kann da aber auch nichts für. Ich bin auch nicht die Beste im Entziffern, muss ich dazu sagen. Und man schreibt halt so, wie man schreibt. Deswegen ist es auch überhaupt kein Vorwurf oder so. Deswegen habe ich ja die Liste, wo ihr euch eintragt, damit ich euch auf Discord nochmal erreichen kann für solche Fälle. Na? Also ich habe gelernt im Laufe der Jahre. Und online frankieren ist natürlich auch immer ganz gut. Das stimmt. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal genug Süßkram. Und Jan ist jetzt offiziell süchtig nach Knusperflocken. Doch mittlerweile bin ich da rein weg. Oha. Das ist halt so die Sache. Das habe ich mit den Numinosteinen damals gehabt. Wenn man zu viel von irgendwas isst, dann ist man irgendwann auch etwas übersättigt. Äh, da. So, wir waren auf jeden Fall bis zu den Strudelinseln schon mal gekommen, glaube ich. Genau, bis hier. Dann können wir da einmal... Wait, welche Strudelinsel habe ich hier? Moment, hier ist schon... Schon richtig. Warum sind die hier vom Level so hoch? What the fuck? Warum? Kann ich abhauen? Okay. Random Level 32, Tentara. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Dings. Genesung kann. Das ist dann halt immer ein bisschen anstrengend, vor allem wenn er sie 20 Mal hat. Aber ansonsten ist das Jahr bald schon wieder um. Und das bedeutet auch, dass da noch ein Porygon kommt, dass unser Discord-Server nächstes Jahr tatsächlich schon vier Jahre alt wird, oder? Vier? Drei? Ist er von 2000... Doch, er ist von 2019, oder? Ja, ne? Es kam mir gerade so unglaublich viel vor, aber ja, ne? Ja, es war 2019. Und ich bin ja auch 2019 Twitch-Partnerin geworden. Weil wir haben ja... Jan und ich haben ja... Ähm... Glaube ich auch 2019 auf die Streams umgestellt, richtig? Von YouTube auf die Streams. Diese Projekte liefen halt da noch aus, aber an sich ja. Und ja, 2019 haben wir quasi auf Twitch umgestellt, mehr oder minder. Ich bin Twitch-Partner geworden und wir haben den Discord-Server gegründet. Wir haben geheiratet, das kommt auch noch dazu. Wir haben viel gemacht 2019. Linktendo, dankeschön für 50 Monate Treue auf Stufe 2. Super lieb von dir. Viel Spaß und Erfolg, Sophie, bei was auch immer gerade noch ansteht. Vier Tage vor Abgabe meiner Masterarbeit kam der Server. Furchtbares Timing. Oh nein! Bis zum nächsten Mal.